Ich glaube, ich habe die ersten Reste aus einer fast leeren Bierflasche getrunken, so mit 13 und das hat dann wieder weitere vier, fünf Jahre gedauert, bis ich richtig Bier getrunken habe, aber logischerweise haben alle Enkelkinder mitgearbeitet. Flaschen sauber machen, den Kessel sauber machen und so waren wir schon alle involviert. Also den Geruch des Bieres hatte ich früh in der Nase, sagen wir mal so.